Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom SI Talk. Heute Donnerstag kriegen sie ein bisschen früher aus normal, aber nur der frühe Vogel fängt den Wurm. Schauen wir mal an, ob das auch beim Markt so gilt. Gestern haben wir einmal wieder Stabilisierung am Markt gesehen, also vor allem positive im Dax. Gold tut sich noch immer nichts. Es gibt aber einen interessanten Artikel von Stefan Staley, der eigentlich auf die Gold-Situation aktuell eingeht, vor allem auf die Situation, dass jetzt die Volatilität nachlässt. Und er zieht eigentlich einen relativ interessanten Schluss darauf, dass eben auch eine große Bewegung vorsteht. Und er glaubt heute, er hat sowieso immer schon gesagt, dass der Gold noch mal auf 1000 fallen könnte. Ich werde Ihnen kurz einmal einen Artikel noch dazugeben. Ich werde Ihnen nur schon einmal jetzt den Chart zeigen. Den haben wir hier. Sie sehen, er sieht hier eine massive Anballung von Widerständen. Wenn dieser unterschritten wird, geht er davon aus, dass Gold, weil wir hier in einem absenkenden Dreieck sind, auf unter 1000 fallen könnte. Er sieht aber auch gleichzeitig, sollte das passieren, dann ist das eine Kaufgelegenheit und wäre extrem politische Situation, weil dort natürlich dann krasse Übertreibung stattfindet. Das kann natürlich jederzeit passieren oder das könnte natürlich passieren. Ich gehe aber nach wie vor eigentlich nicht davon aus. Und er schreibt auch von einem großen Aber. Denn ich glaube, dass der Markt eigentlich oder dieses Desinteresse beim Gold einfach zusammenhängt mit dem, dass das Anlegerinteresse einfach schwindet. Und das ist meines Erachtens ein gutes Zeichen, dass der Markt am Ende einer Konsolidierung steht. Hat aber allerdings auch das Problem und da gebe ich vollkommen recht. Bewusst, es sind die Kräfte am Goldpreis anarbeiten, die uns oder die den Kurs relativ leicht manipulieren könnten. Und da muss man halt natürlich dann einfach sagen, ein ausdünnendes Volumen, wie wir es jetzt sehen, eine Desinteresse, eine niedrigere Volatilität führt dazu, dass man wirklich starke Marktreaktionen mit relativ wenig Mitteleinsatz erreichen kann. Das heißt, auszuschließen ist das Szenario nicht. Es ist unwahrscheinlich meines Erachtens, aber ausschließen kann man es nicht. Und deswegen ist es spannend, deswegen wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass natürlich sowas passieren könnte, auch wenn es ich nicht unter normalen Gesichtspunkten für möglich halte. Aber das heißt halt leider nichts, weil Gold halt einfach ein anderes Instrument ist, was schwer eigentlich zum Voraussagen ist, weil es einfach so im Fokus steht und auch so manipuliert wird. So, den Link finden Sie aber dann bei uns dabei. So, was haben wir noch? DAX. DAX hat gestern eigentlich relativ freundlich bewegt. Wir sind über diese Widerstand-Unterstützungslinie drüber gegangen. Wir sehen hier, wir haben hier eine Aufwärtsbewegung, die angekratzt wird. Ich meine, das ist ein relativ steiler Trend. Ich meine, Idealszenario wäre, wir wären höher gelaufen, bis 9, 9, bis 10, hätten dann eine Konsolidierung gemacht, dann hätten wir 3, 4 Prozent verloren. So sind wir nur gut 1,5, 2 Prozent über diese Widerstand gegangen und haben dann konsolidiert. Gestern war das FED-Protokoll, das rausgekommen ist, also das letzte Sitzungsprotokoll. Da steht sehr wohl drinnen, dass darüber diskutiert wird, wie man die nach der Normalisierung und welche Mittel, dass Möglichkeiten das auch bestehen. Das muss man sehen, was da dementsprechend rauskommt. Dann EZB gestern ein Bericht, dass es noch nicht ausgemacht ist, dass es zu einer Zinssenkung kommt im Sommer. Aber es werden ja sehr viele Alternativen-Szenarien besprochen. Negativzins, das könnte wirklich einen Schub auslösen, weil ob die Zinsen bei 0,25 sind oder 0,10 macht man, sagt man, überhaupt nichts aus. Was haben wir von interessanten Aktien? Pacific Ethanol, es schaut aus, wie man wirklich hier bei 10,40 der Ofen aus war. Das heißt, der Gap-Schluss ist nicht vollständig passiert. Ist allerdings fast egal, weil es wurde der Gap, der große Gap geschlossen, noch nicht ganz, es wurde nicht vollständig geschlossen, aber der Großteil ist geschlossen. Von daher passt es, ist es okay und von da an kann man mehr oder weniger mit neuen Dynamik rechnen nach oben. Man muss aber davor sagen, und das muss man halt einfach sagen, es hängt massiv am Ölpreis und es hängt massiv am Ethanol und auf dem Kornpreis. Also der Korn, das Ethanol wird aus Mais gewonnen. Das heißt, der Kornpreis kommt ja zurück, ist das natürlich sofort ein Boost für den. Natürlich verdient die Company auch jetzt noch immer sensationell. Gut. Eine Company, die ich auch letztes Mal schon beobachtet habe, letztes Mal schon besprochen habe, ist Tesla. Tesla hat da unten jetzt einen Boden ausgebildet und es wird dort eigentlich spannend, weil wir kommen von oben natürlich mit einem Widerstand und dieser Widerstand muss jetzt erst getestet werden, ob das tatsächlich die vollständige Konsolidierung war, ob dort der Markt ausbricht. Sollte das passieren, dann könnte das sehr leicht sein, dass wir alte Hochstände wieder überschreiten. Ja, das war es auch heute schon. Ich hoffe, morgen geht sich noch eine Version aus. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Nützt uns das schöne Wetter auch teilweise, als man mal rausgeht. Draußen ist es auch schön und da braucht man nicht nur vorm Schirm und am PC sitzen. Das ist sowieso das Beste, wenn man Investments tätigt, die nicht ganz kurzfristig sind, wo man einen gewissen Horizont hat, wo man auch mit einer gewissen Ruhe an den Markt reinkommt. Mir krippelt es langsam schon wieder unter die Fingern, dass ich irgendwas mache. Pacific Etanol ist Sicherheit Thema, es ist Tesla Thema, es gibt ein paar andere Aktien, die ich auch in letzter Zeit vorgestellt habe, die mich wirklich reizen. Sie werden sehen, was ich mache. Tschüss, bis später. Bis später. meiner Vielen Dank.